Wie wirksam ist eine Therapie mit bispezifischen Antikörpern oder KT-Zellen bei Hochrisikopatienten und sollte hierbei in einer früheren Linie begonnen werden? Wir sehen bei den immuntherapeutischen Optionen, sprich bispezifische Antikörper oder KT-Zellen, dass klassische Risikomerkmale nicht mehr so relevant sind, wie wir das gewohnt sind. Und das genetische Hochrisiko ist eben so ein Beispiel, wo wir heute mit der Immuntherapie besser Erfolge erzielen können, als wir das mit bisherigen Therapien gewohnt waren. Wir wissen noch zu wenig über die Langzeiterfolge, aber ich glaube, der erste Eindruck ist klar zu erkennen, dass wir hier mit dem Risikoprofil nicht so viele Schwierigkeiten haben wie bei konventionellen Therapien. Wenn man das natürlich berücksichtigt und weiß, wie die bisherigen Therapien oft sehr früh scheitern oder gar nicht wirksam sind bei genetischem Hochrisiko, macht es sehr viel Sinn, eine möglichst frühzeitige Anwendung von Immuntherapien zu erwägen. Hier sind wir natürlich limitiert durch die Zulassungstexte, denn eine Erstattung ist ja in der Regel nur möglich, wenn ein Medikament, gerade ein teures Medikament, im Rahmen der Zulassung auch angewendet wird. Und da sind wir durchaus in Diskussion auch mit den Krankenkassen in Einzelfällen, um vielleicht auch hier mal etwas frühzeitiger auf Immuntherapien zurückgreifen zu können. Also mein Fazit wäre, so früh wie möglich bei Hochrisikopatienten immuntherapeutische Konzepte erwägen. Also mein Fazit wäre, so früh wie möglich bei Hochrisikopatienten immuntherapeutischen Konzepte erwägen. Also mein Fazit wäre, so früh wie möglich bei Hochrisikopatienten immuntherapeutischen Konzepte erwägen. Jetzt knacken wir die yerde. dass sie in der Zulassung aus einem Scherf-Bete erwähnen würden,